So, Anna, probiert jetzt hier so eine Gelee-Banane. Bitte sehr. Was hast du da mitgemacht? Schnell mal an. Ich weiß nicht, irgendwie vertraue ich dir gerade nicht. So, von außen, was würdest du sagen? Schokolade. Zwischen eins und sie. Ja, jetzt habe ich es ja hier angestellt. Ja, aber wir reden jetzt erstmal von außen. Eine sieben. Mann, was machst du? Und von innen, so vom Aussehen her. Transparent. Ich mag die aber gar nicht. Ich finde die total ekelhaft. Probier mal ein kleines Stück. Erst nur die Schokolade. Und? Die Schokolade? Was ist das? Ich mag das Zeug nicht. Innere mal probieren. Habe ich ja gerade schon. Testen, ob das auch gut schmeckt. Sind auf der Zunge zergehen lassen. Nur das Innere. Ja, ja, nur das Innere, genau. Nur das Innere. Was schmeckst du denn so raus? Was schmeckst du raus, die Zutaten, sag mal? Zucker. Ja, richtig, haben wir. Gelatine wahrscheinlich oder Pektin? Ne. Wahrscheinlich tausende Aromen und, na gut, Farbstoffe vielleicht nicht unbedingt. Ist da irgendwas Ekliges drin? Nein. Doch hier so ein Stückchen. Ich mag das doch. Ich habe doch gerade hier schon... Du bist doch... Ja, aber in Kombination ist das doch viel anderes als... Das habe ich aber gerade in Kombination. In Kombination, im Gesamten. Auch die Menge ist ja entscheidend. Wie viel Schokolade, wie viel Gelee. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Probier das doch jetzt mal. So, ist okay? Nein, hier ist dieses Stück hier. Das ganze Stück? Ja, ja, klar. Nimm mal den Mund und probier. Aber ich will nicht das Ganze denn. Das bitte kündige. Ne, probier jetzt mal das Stück hier. Das sind doch Schokobananen. Ne, das ist Zucker mit Bananengeschmack und Schokolade drumherum. Du beißt da rein und zwischen dem Gelee und der Schokolade ist so eine kristallige Zuckerschicht und das finde ich total ekelhaft. Also, wie viel würdest du, also wie viele Punkte würdest du dem Produkt so geben? Ich persönlich eine Eins, weil ich nett bin. Ja, jetzt sagst du den Leuten noch, dass sie in die Kommentare schreiben sollen, ob die das gerne mögen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr diese ekligen Brille, die Lebananen gerne mögt. Ich mag sie nicht, Dennis mag sie gern. Viel Spaß damit. Das ist schon lecker. Viel Spaß damit. Also es gibt wirklich tausend Dinge, die besser sind als das.